Der Bauunternehmer beim Bau eines Hauses im Hang, die DIN-Norm gegen drückendes Wasser nicht beachtet, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Und wenn die Normen nicht beachtet werden, vermutet die Rechtsprechung auch, dass der Schaden dann darauf beruht. Gibt es das auch in der Medizin, DIN in der Medizin? Ich bin Dr. Hans-Bern Ziegler, Fachanwalt für Medizinrecht und Inhaber der Patientenrechtskanzlei Dr. Ziegler und Kollegen. Heute geht es bei mir um DIN in der Medizin. Ich möchte das anhand eines Falles deutlich machen, den meine Assistentin Frau Wedler jetzt verlesen wird. Am 19.05. erscheint Herr H. und erklärt folgenden Sachverhalt. Ich arbeite in den Wintermonaten als Fitnesstrainer auf La Palma. Ende Februar 2008 habe ich an meinem Penis eine Hautveränderung an der Eichel festgestellt. Ich habe mich deshalb in ärztliche Behandlung zu dem niedergelassenen Dermatologen Dr. K. begeben. Herr Dr. K. hat mir letztlich eine Salbe verordnet. Diese Salbe sollte ich 90 Tage schmieren und 30 Tage abwarten, was ich auch getan habe. Ich musste allerdings feststellen, dass nach den 90 Tagen im Zeitraum der sich anschließenden 30 Tage die Hautveränderung nicht verringert, sondern massiv verschlechtert hatte. Eine Untersuchung hat ergeben, dass ein Plattenepithelkarzinom vorlag. Ein Ultraschall des Penis ist vorher nicht gemacht worden. Herr Dr. S. hat dann einen Teil der Eichel exzidiert. Dieser Teil wurde wiederum in die Histologie zur Untersuchung verbracht. Mittags habe ich dann das Ergebnis von Herrn Dr. S. vorgestellt bekommen. Er hat mir gesagt, dass sich anhand der Untersuchung des Exzidats ergeben hätte, dass noch ein Tumorrest im Penis verblieben ist. Er sei mit seinem Latein am Ende, weil sich die Stelle zu nah an der Harnröhre befinden würde. Das würde eine Sache der Urologie werden. Aus der Urologie hat Herr Dr. S. dann die Nachricht erhalten, dass die Eichel ganz abgenommen werden müsste. Da die Operation fünf Tage später dort angesetzt war, habe ich aber die Zwischenzeit noch genutzt, um mich anderweitig kundig zu machen. Ich bin dazu an Herrn Dr. V. gekommen, der mich als erster korrekt über das Krankheitsbild aufgeklärt hat. Er hat mir auch die diesbezüglichen Leitlinien erklärt. Er war der Meinung, dass man vielleicht noch etwas retten könnte, obwohl schon geschnitten worden war. Ich hätte aber noch Gefühl, deshalb könnte man vielleicht noch etwas hinbekommen. Wie, wüsste er auch noch nicht genau. Jedenfalls wäre das Mittel der Wahl hier eine Bestrahlung, eine Brachytherapie. Brachytherapie heißt es im Schirembel, dem medizinischen Wörterbuch, Verfahren der Strahlentherapie mit präziser, gezielter Applikation von ionisierender Strahlung auf kurze Entfernung bei optimaler Schonung umliegenden Gewebes. Das hätte man seiner Ansicht nach von vornherein machen müssen. Er hat mich dann in die Strahlenklinik Erlangen geschickt. Dort hat mich dann Herr Professor S. behandelt. Herr Professor S. hat mich darauf hingewiesen, dass die bei mir vorgenommene Behandlung außergewöhnlich war. Ihm sei in seiner 20-jährigen Erfahrung mit diesen Dingen das erste Mal ein Patient untergekommen, bei dem eine Teilexzision vorgenommen worden war, bevor man bestrahlt hatte. Die Bestrahlung müsste immer zunächst versucht werden, bevor man schneidet. Nach Pfingsten soll die Bestrahlung stattfinden. Sie soll etwa zehn Tage dauern. Herr Professor S. hat mir eine 95-prozentige Heilungschance versprochen. Die Leitlinien, die Dr. V. erwähnte, den Leitlinien Dermatologie des Plattenepithelkarzinoms heißt es. Strahlentherapie Die Ergebnisse der Strahlentherapie beim Plattenepithelkarzinom der Haut sind insbesondere bei kleinen Tumoren mit denen einer konventionellen Exzision vergleichbar. Abzuwägen bleibt die primäre Indikationsstellung zur Strahlentherapie, wenn chirurgisch ein ungünstiges ästhetisches Resultat zu erwarten ist. Die Brachytherapie kann eine sinnvolle Alternative zur konventionellen Strahlentherapie darstellen. Er hat sich vor jeder Operation die Hände zu waschen, er hat sterile Handschuhe anzuziehen und er darf schon einmal verwandtes Operationsbesteck nicht noch einmal verwenden. Solche Dinge sind in Leitlinien der jeweiligen chirurgischen oder anderen Fachgesellschaft klar geregelt. Auch die Leitlinie zur Dermatologie und zur Behandlung des Plattenepithelkarzinoms hat gewisse Vorschriften. Da stellt sich die Frage, muss sich der Chirurg an diese Leitlinien halten, muss er bestrahlen oder darf er schneiden? Ist das mit dem Baurecht vergleichbar? Baurecht zurückzukommen, wenn der Bauherr beispielsweise vergisst, einen Schwarzanstrich anzubringen oder keine Wellpappe anbringt, um drückendes Wasser abzuhalten, dann haftet er, weil der Verstoß gegen die Normen eine Vermutung mit sich bringt, dass der Schaden dadurch entstanden ist. Im Medizinrecht stellt sich die Frage, ob hier auch der Schaden vermutet werden kann, wenn man sich nicht an Leitlinien gehalten hat oder nicht. Die sogenannte Symptomtheorie. Wenn Symptome, zum Beispiel Feuchtigkeitsschäden, auftreten, dann wird vermutet, dass die Nicht-Einhaltung der DIN-Normen zu diesem Schaden geführt haben. Und im Medizinrecht gilt das leider nicht. Im Medizinrecht gilt, dass die Leitlinien Handlungskorridore beschreiten, in denen man sich bewegen sollte. Aber jeder menschliche Körper ist anders und deshalb kann man im Arzthaftungsrecht, im Medizinrecht eben von diesen Leitlinien abweichen und im Einzelfall auch mal was anderes machen, wenn eine Situation besteht, die es erfordert, aus den Handlungskorridoren auszutreten. Aber, was vielfach vergessen wird, es gilt dann, dass der Arzt dokumentieren muss, warum er die Leitlinien nicht eingehalten hat, warum er den Korridor verlassen hat. Und das wird oft von den Ärzten nicht gemacht. Die Leitlinien werden nicht eingehalten. Der Korridor wird verlassen, aber es wird nicht dokumentiert, warum. Und in solchen Fällen hat dann der Medizinrechtsanwalt die Chance, doch was zu reißen und der Arzt haftet dann. Ich, dass Sie mir zugehört haben und bedanke mich erneut bei Frau Wedler für Ihre Assistenz.